hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls22 auf der galgenberg so wir starten let's go ich habe mich vergessen aber ich nachgucken wollte egal wo es die folge zu gehen war schon am anfang hier unten alles gesammelt gehen woche die anderen betenfelser so einen haben wir noch da unten zwei jahrelang damit jetzt haben wir auch irgendwie grad polnisch geladen jetzt sieht es gut aus die vier stück dann haben wir die ladung stroh und das finde ich erst mal hier oben zwei noch und eine noch so das geht es darunter das geht es darunter 124.000 haben hier Urfahalle, werde ich mit Solar kaufen. Und ich sage, bringt mir finanziell am meisten noch mit. Und jetzt sind sie schon wieder so ulkig. Das verstehe ich immer nicht. Als ob er mich ärgern will. Vielleicht wird er irgendwo indirekt. Der LS lässt mich da ein bisschen ärgern. Ich bin dauer, das weiss ich nicht. Ich habe jetzt noch sechs Stück, aber bloß noch vier Plätze. Einmal rum. Ich muss durch den Test noch ein bisschen arbeiten und Feineinstellung machen, Lenkrad. Das Funkt snuggelt noch nicht so ganz, als ich den PT neu aufgesetzt habe. Darum habe ich schon wieder einen Avatar, weil ich jetzt wieder die FPS habe, die ich brauche. Sooddly. 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 Soosdly. 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 ja ich jetzt die maus weg ach so so war das vor euch die zenten mal ein reichen tastenleben überfordert kann man auch mal machen ja 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 ich sehe nichts so ein deppenhain ja 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 Oh. Ich bin jetzt schon wieder. Ich muss erst mal gucken, ob wir die Bauerei bauen und Kohle, was wir da über haben. Oh, hop, hop. Hop, boom, boom, boom. Ach, wo sind sie denn? Da ist die da. Da wollte ich sagen, setzen wir es so hin. Oh, das Land gehört mir nicht. Müssen wir erst mal ein Land kaufen. Wo sind wir denn da? Das kleine Feld hat man nicht gehört. Und dann noch eine kleine Produktion. So wollte ich sagen. Okidoki. Jetzt fahren wir erst mal zu der Produktion. Zeug holen. Eventuell muss ich den Trigger noch vergrößern. Dann muss ich auch mal gucken. Da habe ich jetzt noch ein bisschen. Wo ich hier und da gucken muss. So ist das ein bisschen leiser. So. 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 Ich schaue es nochmal und das vor. Ich hätte auch einen linken Hedge müssen. Oh, boop, boop, boop. Ops. 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 Ich hab das eh voll Falsches Heist erwischt. Egal. Musik Egal, Sprachkarl. 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 Das läuft schon mal. Egal, Sprachkarl. 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 Ach man, ich bleibe eh balleng heute. Also heute habe ich es vorne nicht erfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind ja zum Glück, müsst euch das mal was antun, sind wir ja am folgenden Ende. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.